ich weiß nicht ob ihr das hören könnt da hinten hinter diesem letzten weißen haus geht eine bahndinie dahin die sind im moment dort mit einer 24 stunden baustelle dran das ist eine absolute katastrophe zum einen werden wir hier als anwohner überhaupt nicht informiert dass dort eine baustelle geplant ist und zum anderen geht das mitten in der nacht das heißt mitten in der nacht ist da hinten in dieser ganzen bahnlinie das taghell erleuchtet und man kommt hier nicht zur ruhe das ist eine absolute katastrophe wie gesagt ich weiß nicht ob er das gerade die motorgeräte da gehören konnte aber das ist also ich finde das unmöglich dass man nicht darüber informiert worden ist dass hier eine baustelle auf der bahntrasse stattfindet und diese auch die ganze nacht durchgeht